Worum geht es nun im Seminar? Inhaltlich, wir fangen an mit einem Basismodul, wo wir neben diesen organisatorischen Inhalten Ihnen nochmal grundsätzliche Begriffe erläutern. Was hat es mit diesem Web 2.0 auf? Was könnte ein E-Learning 2.0 sein? Es wird sehr viel über sogenannte persönliche Lernumgebung diskutiert oder Social Software, soziale Software ist zumindest in der Fachcommunity zum E-Learning in aller Munde. Diese Begriffe werden wir Ihnen nun zunächst erklären, so dass Sie alle auch mit keinen Vorkenntnissen beruhigt ins Seminar gehen können. Im zweiten Modul dreht sich alles darum, Kontakte zu knüpfen und zu pflegen. Viele von Ihnen werden in der Schulzeit SchülerVZ genutzt haben, sind jetzt vielleicht in StudiVZ oder Facebook. Sie nutzen vielleicht Skype oder andere Kommunikationsmöglichkeiten, E-Mail, Instant Messaging und so weiter und so fort. Das werden wir uns nochmal im Detail anschauen, neue Dienste vorstellen und mit Ihnen diskutieren, wie man all diese Dienste für das Studieren und das Finden von Lernpartnerschaften nutzen kann. Im dritten Modul beschäftigen wir uns damit, wie man eigentlich Lernprojekte dokumentiert und jedenfalls auch präsentieren kann. Und dort werden wir auch erste Schritte hingehen in so dem Thema Informationen suchen und sammeln. Das heißt, wir beschäftigen uns sowohl mit den Themen Bloggen und Microblogging, wie das vielleicht manche schon mit Twitter gehört haben. Wir werden uns anschauen, wie man all diese Dokumentationen und Informationen sammeln kann und für sich ordnen kann. Das werden wir gleichzeitig auch in unserem Blogangebot UB Logs machen, wo Sie eine Lerngemeinschaft entwickeln. Im vierten Modul werden wir uns mit Projektplanung und Zeitmanagement beschäftigen. Da gibt es einige Tools im Netz, die Ihnen dabei helfen können, sich vielleicht nicht immer ablenken zu lassen, weil dafür ist das Netz ja auch ganz gut, sondern zielgerichtet zu arbeiten, einen Überblick über Ihre Aufgaben zu haben und allgemein Schritte zu planen, wie Sie ein Lernprojekt, zum Beispiel wie eine Hausarbeit schreiben, erfolgreich abschließen können. Jeder googelt heute, aber war es früher vielleicht noch das Problem, dass man zu wenig Informationen gefunden hat. So findet man heute eigentlich fast zu viele Informationen. Wir wollen mit Ihnen über Strategien sprechen, wie man Informationen nicht nur sucht, sondern findet, wie man diese bewerten kann, wie man sehr spezielle Suchangebote, Dienste nutzen kann, um schneller zum Ziel zu kommen und wie man auch diese Informationen sammeln, organisieren und verwalten kann. Wobei es da nicht nur um Webressourcen geht, sondern natürlich auch um Literatur. Das ist an der Uni sehr wichtig und auch da gibt es ganz spannende neue Web 2.0 Tools, die Ihnen dabei helfen, Literaturverzeichnisse zu erstellen, sich mit anderen Personen in der Arbeitsgruppe Bibliografien auszutauschen. Das Web 2.0 bietet mittlerweile viele Möglichkeiten, Texte online zu produzieren, zu erstellen, Bilder zu suchen, aber auch zu bearbeiten, Audio- und Videoaufnahmen zu machen, die zu veröffentlichen. Und gleichzeitig muss man da auch sehr aufpassen, dass man nicht irgendwelche Urheberrechte verletzt oder vielleicht irgendwelche Daten von sich selbst verliert, die man besser geschützt haben möchte. Das werden wir uns in diesem Modul genau anschauen, wie man Inhalte erstellt, wie man dazu auch andere Inhalte nutzt, um seine eigenen Inhalte anzureichern und wie man gleichzeitig dabei aufpasst, nicht mit dem Gesetz in Konflikt zu kommen. Und in dem letzten Modul beschäftigen wir uns, wie man gemeinsam mit anderen Personen, mit anderen Lernenden Inhalte erstellen und bearbeiten kann, wie man auch online sich miteinander absprechen kann, zum Beispiel bei internationalen Projekten oder wenn ein Kommilitone im Ausland ist und wie man vielleicht Experten hineinzieht in ein solches Projekt und wie man das macht. Hier nochmal ein Überblick über die Module und die Episoden. Ich hoffe, dass Sie ganz viel Spaß haben und vor uns ganz, ganz spannende Wochen liegen. Wir freuen uns sehr auf die Veranstaltung und sind schon ganz gespannt, was Sie alles dabei machen werden und einbringen werden. Und insofern freue ich mich und bis nächste Woche bzw. natürlich schauen Sie noch in die nächsten Episoden rein. Hier finden Sie noch einmal die Bildquellen der verwendeten Fotos. folgt, dass wir hier schon mit den Ne searchiner Spadern mit dem neuen Spadern Nac auf zum Beispiel einhalten werden. Das war mal auf heute. So!? Hey! aus. We habl fluffy, das was eigentlich nie. those die Menschen das themales sind. ich würde sagen,